Wie man sonst sagen, kannst du ein Skelett mit dem Schwert nicht bezwingen, setze ein Bomben, ja. Hm, der Tipp. Ach, jetzt weiß ich, was kommt. Muss ich dich nicht erst bewusstlos umkloppen? Nee, ich muss. Ah, jetzt weiß ich auch, warum diese Räume da alle sind. Hallo, könntest du mal... Ah, ich muss ihn doch erst treffen, okay. Ich muss ihn, warum muss ich ihn denn treffen? Da. Naja, ich hab Power-Schwert. Ey, nein, Power-Rüstung. Arig, du bist stärker als ich. Noch, aber ich komme wieder. Ah, jetzt erinnere ich mich an den... Deswegen auch die Räume. Äh, I'm sorry, aber ich war wohl vor dir an dieser Truhe. Noch wem. Ja, du, es kommt doch. Hol ihn bei mir ab. Ah, das war der Mist. Dieses scheiß Skelett, das ständig abhaut. So weiß wieder nicht, wo ich lang soll. Ab. Scheiß Skelett. Ein... Äh, Fische meine ich. Skelettfische. Ein falsches Spiel. Aber ich kenne auch die Reihenfolge halt nicht mehr. Und ich brauche langsam ein paar Herzen wieder. Ich benutze jetzt sogar relativ oft die Karte, den Kompass. Naja. Okay. Was willst du mir sagen? Dort, wo sie das Licht der vier Fackeln kreuzten, musst du tauchen. Also, dich kann ich nicht töten. Da geht es zum Boss irgendwie. Habe ich einen Schlüssel? Nee. Das war vielleicht mal Pulver nicht. Sind das für Pulver? Ach. Pulver, kapiert. Äh. Okay. Whatever. Nein, geht nicht auf. Hey, Pfeile. Die werden auch gar nicht angezeigt werden. Ich dachte, das würde jetzt aufgehen. Ich fühle mich gerade so betrogen. Da hinten war nix. Nee, da war gar nix. Ähm. Lass mir die Gegner reinlaufen. Habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Spinnt wohl. Ist immer. Nee, ich bin nicht die. Nein. Ich will nicht die Ocarina ausrüsten. Die hält jetzt nicht so viel Feuerpower, wie ich sie brauche. Ich muss mich natürlich drehen. Deswegen kriegt man ja auch die Bomben. Kam mir nicht irgendwie viermal? Oder war das ein anderer Zelda-Teil? Kann ich nicht eine Tür? Äh. Moment. Jetzt bin ich verwirrt. Nein. Nein. Okay. Jetzt heißt es da rausfinden. Ich habe es doch im Weg irgendwo gefunden. Nein. Ähm. Nee, warte mal. Ich bin noch. Oder bin ich da lang? Nee. Da bin ich als nächstes lang gelaufen. Und da unten geht es nur. Ah, da muss ich lang. Glaube ich. Es wäre möglich, dass ich jetzt da lang muss. Das ist auch schon mal lang gelaufen. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Geht doch mal weg, ihr Penner. Ja. Das sieht gut aus. Na also. Was ist das überhaupt jetzt soll? Soll das Gras oder Büsche sein? Oder Kristallformationen? Und warum kommen die immer wieder her? Ach, das ist der Falsche. Ja. Erpiss dich. Ich bin mir noch den Pungad am Boden. Ich glaube, den tausche ich gegen die Schaufel. Hör die Schaufel doch mal irgendwann. Keine Ahnung. Ach, komm schon. Ja, man kann sich jetzt ja wieder zurücktauschen. Scheiße, das nicht. Ich geh. Ich verarschen. Geh. Geh nicht in die Richtung, in die ich stehe. Boah. Häviger Drecksviecher. Ich hasse sie. Das ist wie Akkontiv. Wo könnte es denn noch lang gehen? War ich da schon? Ja. Wie sieht es denn da aus? Ein Text. Ich will keinen Text lesen. Warte, mach ich da runter. Ja, da kann ich noch lang gehen. Okay. Guck mal her. Ah, ich weiß, dass ich den umrennen kann. Es reicht, wenn du es einmal erwähnst. Verpiss dich. Ich geh erst mal nach oben. Hat sich nicht gelohnt. Hier muss ich tauchen. Wo ich es noch mal gelesen hätte, sonst hätte ich das vielleicht nicht mitbekommen. Bzw. hätte ich nicht irgendwo getaucht und hätte ich dann gewundert, wenn es nicht weitergeht. Weg. Aus meinem Bild, Alter. Es ist nur ein Bildungsspaß. Nein, unter Wasser kann man nicht rennen. Ach, komm schon. Ah, ist der Boss-Schlüssel. Naja. Es ist so offensichtlich, dass er der Boss-Schlüssel ist. So kann ich unter Wasser nicht rennen. Oder schneller spinnen. Halt auf. Ich habe eben angefangen zu rennen, als ich oben war. Das ist komplett sinnvoll. Ich weiß, dass ich hier umrennen kann. Das wollte ich doch gerade tun. Mann, Spiel. Erzähl mir nicht 20 Mal die Sachen, die ich schon weiß. Ich hasse das, wenn ich das spiele. Ich soll vielleicht öffens über die Vasen gucken. Sollten ja auch Herzen drin sein. Na, krass. Herzen sind nicht überwertet. Ich habe hier schon Herzen. Ach, wo ist dies doch? Hier vielleicht? Nein. Das ist schon wieder der Falsche. Komm schon. Leck mich doch am Arsch. Ich weiß ja nicht mehr die Reihenfolge. Kann ja nicht einfach in einem Raum nach dem anderen sein. Warum hängt mein Kabel fest? So. Ich hasse dich. Du bist zwar nicht da, aber ich hasse dich trotzdem. Gerade weil du nicht da bist. Was ist da drüben noch? Die Kiste, die ich gar nicht rankomme. Ich gucke mir so bekannt vor. Wir haben einen Start. Gut. Aber hier. An wenigstens etwas. Ja, du hast mich also gefunden. Du bist wirklich penetrant. Weißt du das? Ich bin ziemlich cool im penetrieren. Ich weiß. Er hält mich auf den großen Penetrator. Oder was? Nix ist, wie geblieben wird. Arrgh. Du bist stärker als ich. Noch. Aber ich komme wieder. Brauchst du gar nicht. Ich muss kommen. So. Ich vermute mal, er tut mir jetzt nicht den Gefallen und ist da oben. Ich zweifle, dass er mir das tun wird. Aber er kann ja mal gucken. Hallo, wo sind denn jetzt die? Sie sind nicht da. Okay. Wir nehmen das jetzt einfach mal hin, dass sie nicht da sind und schieben den Stein weg. Den Stein? Den Stein. Doch, er tut mir den Gefallen. Ist ja richtig nett von ihm. Urrgh, du hast mir... Ja. Du bist wirklich penetrant. Ja. Weißt du das? Das weiß ich. Hast du schon mal erwähnt? Ähm. In den Gegner stellen immer eine gute Idee. Urrgh, du bist stärker als... Ja, ja. Kommst du gar nicht? Ich muss wiederkommen. Immer und immer wieder. Nicht so schnell, wie ich dachte. So. Das muss ich kurz überlegen. So, springen wir einfach... Ich weiß, dass ich den umrennen kann. Ha! Das Spiel treibt mir den Wahnsinn. Ich brauche keine 200 Stunden Textbox. So, das weiß ich nicht mehr. Konnte ich da lang gehen? Nee. Warte. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Ja. Man kann auf die Fische springen? Okay. Das ist mir neu. Und wieder was gelernt. Ich bin hier doch falsch, oder? Ich glaube fast, ja. Ja. Guck mal, wer sagt ja. Guck mal, wer sagt ja, ne? Oder hätte ich da in die Treppe gemusst? Jetzt habe ich mich dafür entschieden zu sterben. Das ist doch auch schon mal was. Schmeckt da hier Penne? So, jetzt noch. Das ist natürlich nicht nach oben. Hat das irgendwas mit meiner Richtung zu tun? Oder laufen die einfach völlig random? Ich würde spontan sagen, völlig random. Einfach durch. So, das haben wir ja noch gar nicht gesehen. Ich hasse diesen Zwischenboss. Weil er ständig abhaut. Wollt echt, dass man rausfinden muss. Oh, hier. Flup. Die komischen Felsformationen, was auch immer. Warum schliebe ich das überhaupt nicht mehr wieder? Das bringt doch gar nichts mehr. Ich weiß nicht. So, jetzt darfst du gar nichts sagen. Ich glaube, jetzt sollte man mal irgendwas sagen zuerst, oder? Hallo? Was? Was? Ich habe doch was? Wieso hat der? Ich habe ihn doch voll... Ich habe ihn doch voll mehrmals getroffen. Was soll denn der Unsinn jetzt? Das ist mich verarschend. Jetzt muss ich wieder diesen Scheiß-Dreck-Stink da machen. Ich hasse euch. Ah! Stirb doch einfach. Ich habe ihn doch mehrmals voll hinten reingeschlagen. Ist das denn nicht gestorben? Oder zusammengebrochen? Das ist eine Frage, die ich mir jetzt stelle. Und darf ich nicht eine Antwort haben. Verstehe ich nicht so ganz. Du nun wieder. Ja, kiebst einfach nicht auf, oder? Okay, jetzt ist Schluss damit. Jetzt mache ich dich fertig. Ist die nah genug dran? Ja, ich glaube schon. Aber jetzt funktioniert es nachwegs etwas. Umfallen. Danke. Und bitte sterben. Danke. Und jetzt gib mir den Scheiß-Enderhaken. Ich bitte den Enderhaken. Gib ihn mir. So, der Enderhaken, oder? Ja. Damit kommst du über Schluchten. Hat aber eine dünne Schnur, oder? Ganz dünn. Alles, Jungs. Aber eine verdammt hohe Reichweite. Jetzt nochmal durch den ganzen Dungeon, um die Kisten alle zu holen und den Schlüssel. Und dann ist ich auch schon mal mein Boss. Und dann mache ich mal Schluss. Und dann aber wirklich. Ich brauche noch mehr Power, damit ich durch deren Rüstung komme. Ich brauche noch größer, ich brauche einen Hammer. Du hast 200 Ruine gefunden. Wahnsinn. So, jetzt kann ich mir den Bogen kaufen. Hätte ich das gewusst, ne? Links hoch, links links. Links. Au. Ne, Moment. Ne, passt schon. Hm. Quem. Ja. Weißt du, ich bin doch am Arsch. Habe ich noch einen kleinen Schlüssel? Ne, habe ich nicht. Weg. Mit euch. So. So. Jetzt machen wir das mal so, wie man das machen soll. Und zwar richtig. Da ist mein kleiner Schlüssel. Aber den brauche ich jetzt noch gar nicht, weil, ja. Ich damit dann wohl nur zum Boss komme, vermute ich mal. Warte mal, da geht's zum Boss, ne? Äh, nein. Was sind ihr jetzt für Dinger? Äh, die Durchblick ziehe ich so nicht. Ne. Was kriege ich nicht tot, ich habe nur noch ein Herz. Seidig finde ich den Sales Board. Okay, die. Ich dachte, er würde jetzt beim dritten Mal einfach ins Namm. Das ist ein dritter Angriff, er würde sein Auge öffnen, aber. Er hat sich so gedacht, fick dich. Nimm wohl. Machen wir garantiert nicht. So, einfach mal gerade hoch. Weg. Ja, ein paar Herzen wäre gut gegen den Boss. Und wenn ich mir den Bogen gekauft habe, kann ich mir auch mal so einen Trank kaufen. Ich stehe gerade mitten in dem Gegner drin. Ah, okay. Das ist schon in Ordnung. Warum nehme ich noch Geld mit? Ich habe jetzt maximal erreicht. Ich habe alles erreicht, was man erreichen kann. Ich muss hier mal weg. Ich muss hier die. Können wir doch Gegner töten? Ja, kann ich. Das ist mal besser, als wir beim Schwert. Auch noch mehr Geld. Das ist natürlich gar keine Verschwendung. Was haben wir denn da? Noch einen dunklen Schlüssel. Okay. So, jetzt noch die da oben und dann hätte ich auch schon alles. Noch mehr Geld, natürlich. Das habe ich schon locker 150er geworfen. Da oben geht es, glaube ich, nur wieder zu dem anderen Typen. Aber wo ich noch hin könnte, wäre da hier nach unten. Aber das bringt mir, glaube ich, nichts. Aber wo geht es da jetzt hin? Da geht es jetzt nur... Ja. Aber warte mal, wo ging es denn da hinten noch hin? Ging es da nicht nochmal irgendwo runter? Oder war da noch eine Kiste? Oh, eine Kiste. Okay. Oh, da muss ich aber auch noch hin. Hier ganz richtig. Also, naja. Hatte ich natürlich genauso geplant. Also... Das war genau meine Absicht.